Hi, ich bin Max und studiere im dritten Semester VWL an der Uni Mannheim. Ich möchte dir kurz etwas zur Fernleihe an der Universitätsbibliothek erzählen. Dann findest du dich hier an der UB hoffentlich bald einfacher zurecht und hast alle Informationsquellen zur Hand, die du für ein erfolgreiches Studium brauchst. Wenn du ein konkretes Buch brauchst, kannst du ganz einfach im Katalog Primo nachschauen, ob der Titel an der UB verfügbar ist. Du findest eine kurze Einführung in die Nutzung vom Bibliothekskatalog im Video Primo in 120 Sekunden. Wenn sich das gesuchte Buch nicht im Bestand der UB befindet, kannst du es über den Suchraum Fernleihe in wissenschaftlichen Bibliotheken deutschlandweit suchen. Durch einen Klick auf den entsprechenden Link im Abschnitt Bestellen wirst du direkt zum Bestellformular weitergeleitet. Im ersten Dropdownmenü kannst du die Art deiner Fernleihbestellung auswählen. Hier kannst du dich zwischen der Ausschleier des Buches oder der Kopie einzelner Auszüge oder Artikel entscheiden. Je nach Auswahl werden die relevanten Felder des Bestellformulars im Anschluss automatisch ausgefüllt. Achte bitte darauf, dass die roten Felder Pflichtfelder sind. An diesen Stellen muss das Bestellformular also ausgefüllt werden. Eine Fernleihbestellung an der UB kostet pro Titel 1,50 Euro. In dieser Gebühr sind die Kosten für die Beschaffung und Rücksendung eines Buches und je nach liefernder Bibliothek Kopien von bis zu 40 Seiten inbegriffen. Je nach liefernder Bibliothek können für Kopien also auch zusätzliche Kosten anfallen. Diesen Höchstbetrag der Kostenübernahme kannst du im Bestellformular ändern. Wenn du nun deine Uni-ID und dein Passwort eingibst, kannst du den Vorgang für die Fernleihe starten. Du bekommst eine Erfolgsmeldung und die Gebühr wird in deinem Bibliothekskonto eingetragen. Diese Gebühr kannst du mit deiner ECUM an die Terminals der Universität bezahlen. In vielen Fällen werden die Fernleihen innerhalb weniger Tage an die UB geliefert. Du solltest aber dennoch etwas mehr Zeit einplanen, denn bei manchen Büchern kann es auch zwei bis drei Wochen dauern. Im Katalog Primo kannst du dich in deinem Bibliothekskonto über den Status deiner Fernleihen informieren. Du erhältst eine E-Mail, wenn du deine Fernleihe Ausleitzentrum im Schloss Westflügel an der Ausleihtheke abholen kannst. Die Bücher aus der Fernleihe müssen zum Leihfristende an der Theke im Ausleitzentrum wieder zurückgegeben werden. Die Leihfrist für Fernleihen beträgt in der Regel 40 Tage und kann nicht verlängert werden. Wenn man die Bücher nicht rechtzeitig abgibt, sind wie bei regulären Ausleihen Mahngebühren fertig. Manche Fernleihen können aufgrund ihres Alters oder Zustandes nicht ausgeliehen werden. Diese speziellen Fernleihen werden dann für dich an den Sonderleseplätzen im Infocentor Schloss Schneckenhof bereitgestellt. Ich hoffe, dass du jetzt alle Informationen zur Hand hast, die du zum Bestellen von Fernleihen an der UB brauchst. Wenn du darüber hinaus Informationen benötigst, kannst du dich auch auf der Homepage der UB umsehen oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UB persönlich fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017